Ein Wort zu Aaron Ramsey. Er war bisher oft auf der Bank, jetzt hat er am Dienstag gespielt. Seine vergangene Saison war großartig. Was muss er Ihrer Meinung nach tun, um dieses Level wieder zu erreichen? Er muss sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren. Ein Mittelfeldspieler ist jemand, der gut verteidigt, die gegnerischen Spieler spielen lässt und sich nur darauf konzentriert. Vergangenes Jahr wurde er hoch gelobt. Jetzt sucht er seine Form. Wo ist das Problem? Ich denke, man sollte sich nicht so sehr davon leiten lassen, was die Leute sagen, sondern vielmehr von der Art und Weise, wie wir spielen wollen und wie generell gespielt werden sollte. Wenn du ein Tor schießt, aber schlecht spielst, sagen die Leute, dass du gut warst. Aber als Mittelfeldspieler muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Gut verteidigen und gut angreifen, anderen Spielern Tore vorbereiten. Letztendlich geht es beim Fußball alleine darum. Es geht nicht um das Tore schießen. Das kommt von ganz alleine, wenn man gut spielt. Zuerst muss man sich darauf konzentrieren, gut zu spielen.